Heute stellen wir dir den Beruf des Vermessungstechnikers bzw. der Vermessungstechnikerin vor. Da sind sie unsere Zollstockträger. Auch ein räumliches Vorstellungsvermögen und Flexibilität sind Eigenschaften, die dir die Arbeit erleichtern und von ArbeitgeberInnen oft gefordert werden. Innen an außen, innen an außen, könnt ihr mich hören da draußen? Wenn sich das also genau nach dir anhört, dann denk doch über eine Laufbahn als Vermessungstechniker bzw. Vermessungstechnikerin nach. Vermessungstechnikerin